Mission Dauerregen, ja? Kennen ja einige bei dem Wetter zur Zeit. Poli, Polis. Ich liebe es. Schnippern. Guck mal. Was bist du für Gallum, hä? Muss man alles nachmachen, hä? Guck mal hier. Der greift mit den Händen durch den Typen durch. Siehst du's? Ah, er ist mittendrin, anstatt nur dabei. Boah, Thermal. Schön Thermal wieder. Wollen wir mal einen Polizisten in den Kopf schießen? Ne, dürfen wir nicht, ne? Alter, mein Rechner kommt gar nicht mit den ganzen Blinklichtern, klar. Kommst du? Ja! Nu, lauf auch! Ich steh hinter dir! Nu, mach! Auf jeden Fall, wir geben dich zum Treffpunkt. Geben Anweisung durch. Auf! Festland! Kommst du? Ja! Ich muss mich jetzt mal orientieren, Mann. Ich will mich... Komm, wir machen uns jetzt mal schön witzig. Also, wenn du jetzt dort vorne dieses weitere Rohr durchführen siehst... Ja. ...dann siehst du dort vorne, da läuft dann jemand lang. Ja. Den seh ich schon. Ja, ich hab schon gesehen. Thermal. Warte, warte, warte. Warte. Da ist er. Soll ich schießen? Hehehehe. Den hab ich gehabt. Ja, und bei mir war Thermal drauf. Ich wollte auch abdrücken. Ah, very nice. Der hat chillt. Der hat chillt. Ich will hier lang, ne. Okay. Stück für Stück. So, jetzt gucken wir hier mal ein bisschen auf den Arsch. Das... Das... Obblablabla. Das Geilste ist ja. Jetzt kommt's Geilste. Wir müssen jetzt aber mal ordentlich arbeiten. Komm. Pistole raus. Jo. Ich nehm, äh, den vorderen, du nimmst den hinteren. Okay. Warte. Ja. Drei, zwei, eins. Zurück, die haben uns gesehen. Haben wir beide jetzt denselben genommen? Ich hab gesagt, ich nehm den vorderen. Ja. So. Jetzt brauchst du dein Thermalvisier. Da hab ich alles gemacht. Ja, ich hab keinen gesehen um meiner Ecke da. Da ist noch einer. Ich bin zu langsam. Sorry. Tja, UMP-Fotze. Hast gegen M9 nichts zu sagen, hä? Ich nehm jetzt, glaub ich, auch die Pistole. Es geht schneller, bevor ich gezielt hab. Ich geh jetzt mit dem Messer auf die Typen los. Okay. Ich lege gerade. Ja, ich seh's. Ja, ich seh's. Das liegt mir an deinem PC. Das ist irgendwie. Also, warte. So. Jetzt auf. Ich hab die einfach gemessert. Ja, ich hab auch drauf geschossen. Aus Sicherheit. So, also, unser Ziel ist es. Da sind unsere Leute. Ja, und diese zwei Typen da müssen wir ausschalten. Welchen nimmst du? Den vorderen? Den links. Okay. Drei. Ja. Los. Der lebt. Ah, ist auch tot. Okay. So, jetzt kommt gleich welcher am Bus. An diesen weißen Bus, hä? Siehst du auch, oder? Okay, ja. Seh ich. Transporter. Das einer. Den ersten nimmst du. Ich nehm den zweiten. Auf die letzte. Fertig. Los. Sehr schön. So. In der Mitte. Ja. Ja. Von den Bussen. Das sind zwei Bussen, ne? Ja, ich seh die. In der Mitte stehen immer, stehen auch immer solche zwei Leute, ne? Meinst du? Das sind Geiselnähmer. Ja. Die unter dem blauen Punkt. Also, ich nehm den. Die direkt unter dem blauen Punkt, ja? Ne? Bist du dir sicher? Die, da sind zwei Stück drin im linken Bus. Ja. Und im rechten auch. Welchen Bus findest du? Ich nehm den linken. Okay. Kann losgehen? Warte, nee. Emblem-Granaten noch. Und dann kann's losgehen. Oh, da muss ich. Warte. Hä? Geht nicht. Hat's schon gemacht. Ne, macht er jetzt. Okay. So, jetzt feuern. Ich seh keinen. Weg. Und. Beide weg. Ja, geschafft. Weiter geht's. Wo bist du? Ach da. Nimm den Pistie. Jo. Waren wir jetzt brauchen. So, ab geht's. Mission find ich von der Grafik und von der Atmosphäre, was hier gezeigt wird am geilsten. Ja, es ist schon geil, ne? Willst du telefonieren oder was? Warte mal, ich muss kurz jemanden anrufen. Ja, ja, ja. Also, hallo Mama. Es wird später heute. Ich muss noch Leute erschießen. So, äh, da unten sind Ziele. Ja. Die hab ich genommen. Ja. Da hinten waren noch welche. Irgendwo. Da oben. Wuh, ich hab einer schossen. Ist irgendwo noch einer? Mensch, was ist denn das für eine Pisswaffe? Er muss nachladen. Wenn das erfunden. Da ist einer von uns. Wo sind die Nächsten? Tod. Okay. Weiter geht's. Ja, auf geht's. Uh. Oh, wer ist das denn? Ah, hier ist Werbung für Cola. Okay. Mehrere Schützen. Also, komm. Drei Mann weniger. Wart lebt da doch noch was? Jetzt nicht mehr. Da lebt noch was. Muss nachladen. Ist weg. Ja, sind weg. Sehr schön. Komm, komm, komm mit. Komm, komm. Ich lauf, ich lauf. Ich lauf. Komm, wir klauen uns einen Polizeiwagen und machen scheiße. Ja, klar. Nee, jetzt mal im Abs. Komm mal mit. Ja, ich bin hinter dir. Also, dort vorne. Warte. Die laufen jetzt hier lang. Da sind irgendwo Sniper. Hier sind Sniper. Achtung. Da drüben. Boah, ich finde, das ist doch ekelhaft. Warum? Die sind Standfuß-Scheiß. So, zwei Mann weniger. Wo bist denn du? Ach, dein... Und, hast was gesehen? Das ist schwer ausgeschalten. Der ist auch weg. Ein Gebäude. Irgendwo. Da. Haben. Er ist weg. So, Übersichtspunkt. Sehst du? Ja. Hab ich gesehen. Ab, auf, da. Auf geht's. Da kommen Typen. Ach Gott. Gib mir doch die zwei. Da kommen noch mehr. Ich bin fix mal hochgerannt. Kommt da noch mehr? Nee. Also, Muni-Küste. Hast du ja hier. Ja. Also, glatt Leymour gesetzt, okay. Nee, eigentlich nicht. Wollte ich nicht. Aber, da liegt eine doch. Da drüben, das. Komm. Komm her. Ja, ich bin da. Wo bist du? Hier. Das Haus da gegenüber, ne? Das ist die Botschaft. Das ist mit dem Licht. Ja. Okay. Das mit dem Springbrunnen. Ja, warte. Mit dem Springbrunnen. Botschaft. Mit dem Springbrunnen. Das ist da drüben. Mit der Statue. Feuer einstellen. Warte auf das Grunnen. Du musst mit Terwals. Ja, genau. Guckst schon richtig. Okay. Nein. Weiß. Falsch. Dahin. Da, wo die hinlaufen. Na, ja, da wo sie hinlaufen. Das große Haus da. Okay. Siehst die, siehst die hier. Die Wasser, ne? Das Wasser, ne? Das sind Terroristen drinnen, ne? Oder so. Einer flüchtet? Hier flüchtet keiner. Der kann nicht flüchten. Ab, Sir. So. Ah, den Springbrunnen meinst du. Ah, jetzt sehe ich ihn auch. So. Wir kriegen unsere Anweisungen gleich. Da sind welche. Ist weg. Gut. Ah, ist auch mal Coop. Ist mal was anderes. Ist nicht ganz so actionreich. Teilweise schon, aber man muss auch aufpassen, ne? Was man nicht. Oh, ja. Scheiße, ich muss nachladen. Ist der tot? Haben's. Da oben sind noch mehr. Da ist ein Geisel. Ja, die dürfen wir dann abknallen. Noch nicht? Nein, das wird uns noch befohlen. Da drinnen. Okay. Die beiden da? Ja. Weg. Ein Fall ist unterwegs. Ne, ist das gemütlich. Ich will's jetzt bloß so verhauen, Alter. Ey, Junge. Haltet euch bereit. Das ist richtig scheiße, wenn man das war. Auf jeden Fall ist da noch in der Mitte einer. Ja, der kriegt mal kleine Anweisungen dafür. Unsere Leute sind schon da. Warte mal, da sind... Das ist auch ein Verbrecher da. E, Blendgranaten. Jetzt gibt's Blendgranaten. Auf drei. Drei, zwei, eins. Los, los, los. Alle weg? Auf dem Weg. Ja, das dürften sie. Okay. Ja, weil wir einfach geil sind. Ach, da unten. Da ist noch einer. Ist weg. Schieß den Heli ab. Ja, man. Wieder geschafft. Yeah, boy.